Huhu, Fidor Bank! Hallo, Filiabank. Na, wie geht's? Wir haben ein neues Girokonto mit Mobile App. Cool. Was kann das Konto denn so? Überweisungen. Auch weltweit? Auch an E-Mail-Adressen oder Mobilfunknummern? Äh, nein. Das nun gerade nicht. Kostenlose Karte. Einfach Fremdwährung kaufen. Edelmetallarbeit in Euro. Zinsen zum Mitbestimmen. Solche Kunden haben wir nicht. Fidor Bank. Eine neue Art des Banking. Ist es ein schönes Konto? Einfach. Auch nicht? Einfach Fremdwährung. A-Mail-Adressen. Eine neue Art des Banking. Die Affiliate. Einfach Fremdwährung. Und jetzt das Fremdwährung. Einfach Fremdwährung. Untertitelung des ZDF, 2020